Diesmal habe ich von Hot Wheels eine 69er Chevy Chevelle, müsste das sein. Ich habe mir gedacht, ich packe sie mal aus und zeige euch wie das Modell aussieht. Es hing jetzt auch schon ein bisschen an der Wand rum, die man an der staubigen Verpackung sieht. Aber, hier muss es ja mal ausgepackt werden, weil es kann ja ewig da in seiner Verpackung vor sich hin stauben, so sieht das Teil aus. Sieht richtig nice aus. Ich bin ja selber Ami-Fahrer bzw. ich war Ami-Fahrer. Ich habe zwar noch einen Oldtimer an Ami, aber ich komme leider in letzter Zeit überhaupt nicht dazu. Es liegt nicht daran, dass ich so viele Videos mache, weil das mache ich einfach nur so nebenbei. Deswegen bearbeite ich die auch nicht und ähnliches. Sondern ich habe halt so viele andere Hobbys und viel Zocken und so was. Und deswegen, ja, jetzt ist es hier ein bisschen ausgeartet. Hier ist auf jeden Fall das Modell. So sieht das gutes Stück aus. Das wandert bei mir auch gleich erstmal in die Vitrine. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren oder auch nicht. Ihr könnt mir mal in anderen Videos reingucken. Mir einen Daumen da lassen. Bis denn dann. Ciao. Ciao. quindi wie Vielen Dank.